Musik Musik Willkommen beim Yukonuba Nutrition Network und unsere Serie Pracht und Schönheit durch Ernährung für Hunde. Da sie hier sind, nehme ich mal an, dass sie Hunde lieben. Und falls ja, dann sind sie hier genau richtig. Für uns hier bei Yukonuba gehören Hunde zu den großartigsten Kreaturen der Welt. Und diese Leidenschaft treibt Yukonuba an, die bestmögliche Nahrung hervorzubringen. Manche fragen sich, wo der Name Yukonuba herkommt. Also in der Jazz-Fachsprache der 40er Jahre bedeutet Yukonuba das Tollste, das Größte, das Beste. Es war von Anfang an unsere Mission, Hunden die Art von Nahrung zu bieten, die ihnen zur Bestform verhilft. Denn dies verlangt von uns einfach unsere Liebe zu Hunden. Ob reißgekrönter Champion oder Haustier, wir sind bestrebt, das Beste aus den Hunden herauszuholen. Es fängt mit unserer Ernährungsphilosophie an, die ganz simpel ist. Wir halten tierisches Eiweiß für den nützlichsten und wichtigsten Bestandteil bei der Ernährung eines Hundes. Mit anderen Worten, wir ernähren Hunde auf artgerechte Weise. Und dabei gehen wir keine Kompromisse ein. Während der Ölkrise der 70er Jahre waren die Zeiten schwierig und die Kosten stiegen. Doch Yukonuba hielt dann seiner Philosophie fest. Wir tauschten kein tierisches gegen pflanzliches Eiweiß aus, um Kosten zu senken. Wir weigerten uns, die Standards zu senken. Denn Yukonuba genoss wachsendes Ansehen innerhalb der Gemeinschaft professioneller Hundeliebhaber. Und während Yukonuba früher die Geheimwaffe preisgekrönter Züchter war, steht es heute Hunden auf der ganzen Welt zur Verfügung. Kontinuierliche Studien haben gezeigt, dass Hunde ihr Leben am besten genießen können, wenn sie perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Nahrung erhalten. In den weiteren Folgen werde ich mich auf die vier Grundpfeiler der Yukonuba Ernährungsweise beziehen. Diese sind hochwertiges tierisches Eiweiß, Fasern, unsere spezielle Mischung von Kohlenhydraten und die optimale Zusammenstellung von Fetten. Wir verwenden hochwertige Inhaltsstoffe. Dafür sollten auch erwähnen, was wir nicht verwenden. Wir fügen keine Filzstoffe hinzu, keine künstlichen Farbstoffe, keine künstlichen Konservierungsstoffe und keine künstlichen Aromen. Wir sind nicht der größte Hersteller von Hundenahrung und auch nicht der billigste. Dennoch halten wir standhaft an unserem kompromisslosen Engagement fest, denn uns liegt das Wohl ihres Hundes am Herzen. Denken Sie daran, Ihr Streben nach Wissen kann der erste Schritt auf dem Weg Ihres Hundes zur Großartigkeit sein. Verpassen Sie keine Folge unserer Serie Pracht und Schönheit durch Ernährung. Und danke fürs Zuschauen beim Yukonuba Nutrition Network.